Siehst du hier? Siehst du dieses Symbol? Und wo geht es jetzt weiter? Ähm... So. Oh, da ist schon so. Was ist das denn? So. Das ist also der Buch. Ganz genau. Das ist die letzte Stage. Mit den letzten Missionen. Blablabla, Mr. Freeman? Ja. Vier Missionen. Eine habe ich damals nie geschafft. Ich beginne mit Space City, okay? Ah. Um, Inkopters. Our red boys want you to try and find a baddie-fly vehicle for the study. Show no mercy, take no prisoners. Zeig keine Gnade, nehm keine Gefangenen. TÖTEN! Er steht einfach nur... KILLING! Ich freu mich schon, sobald sie mir das endet. Ey, die Kisten sehen ja geil aus. Hm, verändern. Das ist ein Mondkisten. Ich glaub ich bin ein Ding. Ninja ist im Weltraum! Space Ninja. Space Ninja? Die geht auch auf Zeit. Oh, nerven. Mist gebarscht. Ich hab... Ok, ich hab jetzt einen Kollegen, das ist... Was hat der Regel gesagt? Keine Ahnung. Du, Aris, meine Kisten? Meine Kisten? Ok... Das ist immer wieder... Ah! Wow! Ich hab verloren. Lass dich sterben. Ich hab' nicht ins Feuer kommen. Ich hab' nicht ins Feuer kommen. Ich hab' nicht das Gefühl, dass es hier noch keine Sekunden der Mission ist. Also, das war vernichtend. Ganz eindeutig. Oh mein Gott. Und das ist die erste. Wie schwer die Missionen langsam sind. Lade schneller. Scheiße. Ich glaub das ist aber auch die letzte Mission, die ich heute spiele. Ja, auch gut. Wir spielen gleich mal ein bisschen Dings. Wie hieß es? Was wollen wir denn spielen? Als LP oder was? Ne, einfach so. Keine Ahnung, ob man sie... Du bist in Smash? Jungen, wir machen. Okay Leute, wir spielen gleich Smash Bother. Ohne euch. Ob wir euch hassen. Nein, wie dem euch. Ich liebe euch Leute. Love you. Jaaaa. 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 Warte. Ich glaub ich... Warte, ich hab wieder die Idee! Ich hab... ich hab auch eine Idee. Ich glaub wir noch morgen ganz viel nach Bull. Ich hab... ich hab auch eine Idee. Ich glaub ich brauch mir morgen ganz viel nach Bull. Born? Ja. Gute Idee. Du wächst los. Für Abends. Das ist sehr heiß. Ja, weißt du wie teuer die sind? Nee, teuer. Wie teuer wird? Weiß ich nicht, teuer. Also wenn ich die herrumpf mache, dann gäbe es eine Mega-Crate. Wenn du alle kaputt machst. Wenn da ein Schild drin ist, ist ein Schaden dran egal. Ja. Scheiße. Kein Jetpack. Der notorische Fail. Notorisch. Keine Ahnung. Einfach nur Fail. Das sind Marsmenschen, oder? Vielen Dank. Ich weiß wie ich das mache. Einfach in Bewegung bleiben. Ja. Wenn es mir zu viele sind, jump ich. Und dann mache ich hier die nächste Phase. Das ist aber immer die Idee. Aber das wird wahrscheinlich nicht. Ja. 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 Du kannst so einen coolen Sprung halten. Ja. Ich mache schon meinen coolen Sprung. Genau den. Zum Beispiel. Ich brauche nur eine Munition pro Schoß. Ich brauche nur eine Munition pro Schoß. Ja. Schade. Und der ist hin. Ich brauche nur eine Munition pro Schoß. Ja. 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 Ich brauche nur eine Munition pro Schoß. 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 Ach, das ist... Ich finde... Das ist... 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 Das ist einfach nur grauenhaft. Oh ja... Was hat das? Wartig mal F7, 2? Dankeschön. So geht das ja nicht. So. Vielleicht wollte ich jetzt nicht hier schon runter, aber... Naja, das ist ja passiert. Ja. Ich muss lesen. Tschüss. Nein, nein, nicht mehr, was mir da wohl gefallen. Lava ist so endsböse hier. Ja, ich habe gesehen, das ist fast kaputt. Wow. Ha. Haha, ich habe die Hälfte auf das Clubes gehe. Nein! Saras denn! Ich kann so zur Bauche Obrig. Okay Oh god, oh god NOOOOO 1 Oh shit